yo hallo leute und herzlich willkommen zurück zu battlefield 4 multiplayer zocken wieder team deathmatch in der city schnell verpissen und wieder mit unserer altbekannten waffe sas oder wie das ding heißt ziemlich geil ist eigentlich muss echt ein bisschen aufpassen hier weil das ja auch wenn du eigentlich gute scharfschützen mit bis nach gewissen entfernen kann man ziemlich gut abgehen hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns ja na klar na klar alle rennen darum ich bin der einzige der stirbt ich bin wieder der einzige das geilste überhaupt immer man alter warum bin ich denn so reudig hier warum bin ich denn hier so grottig das regt mich auf eh ich muss echt mehr battlefield zocken ich bin schon wieder total draußen hier man es ist so krass unterschiedlich mal ist man richtig geil mal ist man richtig schlecht wir hatten hatten wir hatten so gut okay 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 da steht doch einer ich weiß nicht was ich noch machen soll hier das ist scheiße das ist scheiße ich habe gedacht ich kann hier ein bisschen punkten ja aber ne schon wieder nicht schon wieder nicht keine reflexe mehr keine reflexe mehr ich komme doch gleich und mache mich platt hier irgendwo hier hocken sie warten wir drauf nicht zu töten und ist man weil die waffe einfach so wenig schuss fest wenn die bisschen mehr hätte denn dann wird es klappen ja nicht mehr die hat einfach nicht mehr schuss ich muss das immer ab und zu mit der zocken damit ich auch mal was neues freischalten kann obwohl es ja eher zu den säcken der waffen zählt ich habe auch schon richtige schrot freigeschaltet aber hier eine richtige schrot als primärwaffe ich weiß nicht ob das so cool wäre keine ahnung auch hinter uns glaube ich noch geht's noch geht's mann 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 komm lad nach nicht so lahmarschig hier der kunde der typ hat alle der kunde der typ der kollege hat glaube ich alles im griff da hinten ja und das a und du ist wirklich auf die map zu schauen andauernd andauernd und zu gucken wo sich gegner befinden oh ne da sieht mich jemand da sieht mich jemand und will mich töten was sind die denn pass auf kollege pass auf nice 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 los 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 alter der kleine pfeiler da der kleine pfeiler steht genau so dass er mich trifft mann aber wir haben schon ein bisschen aufgeholt ein bisschen haben wir schon aufgeholt jetzt müssen wir uns nur noch halten ich geh mal hier hinten lang allerdings hockt hinten irgendwo einer mit ja komm schon komm schon na los mach hin komm 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 das nachland dauert muss ein bisschen lange los einmal heilen einmal heilen ich rufe klarlich schnell nach die shorty brandgefährlich hier ok hier ist frei komm kollege lauf schneller du behinderst mich Hilfe 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 oh nice oh 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 man ich fühl mich so allein weil hier ist irgendwo einer glaub ich über uns Oh, dass er mich nicht noch die Granate werfen lässt, wenigstens. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Los, komm, 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 komm. Komm, 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 Medikit, los. Los, 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 los. Ja, bleib hier, Mann. Beschütz mich. Beschütz mich, Freund. Lebt er noch? Nee, ich glaube, er ist tot. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, warum treffe ich den denn nicht? Ich habe das gerade gesehen. Ich habe den eigentlich voll im Visier gehabt, aber ich habe den nicht getroffen. Oh, da hinten, da kommen sie. Junge. Nur eine Killhilfe, komm schon. Nice. Los, 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 los. Gehen wir mal hier wieder lang. Ich hoffe, das war keine Fehlentscheidung. Das sieht, das sieht aus, als würden wir gewinnen. Mist. Total ver... verpeilt. Total daneben geschossen. Aber so richtig. Komm schon, komm schon. Meine Güte. Wo seid ihr, wo seid ihr? Ich will nicht sterben. Das ist einer von meinen... Los, fuck. Boah, schnell hier rein, schnell hier rein. Komm rein, komm, 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 komm. Oh, zu Ende. Aber wir haben gewonnen, es ist die Hauptsache. Mann, 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 Mann. Was für ein spannendes Spiel, ey. Ich hoffe, ich bin ein bisschen im Plus. Auch wieder zum Ende hin, Wurz. Ich glaube, ich muss mich an jede Map erstmal wieder so ein bisschen gewöhnen. Und dann geht's eigentlich. Dann geht's eigentlich. Sturmgewehre, Schrotflinten. Ey, wir brauchen noch so viel bis zum neuen Rang. Naja, was haben wir hier? Oh, 12, 7, naja. Naja, das geht. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte die Likes und die Kommentare nicht. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüssi! Tschüssi!